Hi! Hi, Tom. Ich stehe unten im Halteverbot. Kein Problem. Conny, vielen Dank. Du hast echt ein Gut bei mir. Ciao. Let's go! Das Befehl war wirklich der Hammer. Du bist der Hammer. Das darf zum Dessert sein. Hast du einen speziellen Wunsch? Oh Gott. Conny. Was macht die denn hier? Nee, nee, nee. Aus, Schluss reicht jetzt. Sabrina, ich weiß natürlich genau, was du denkst. Das glaube ich kaum. Conny ist meine Assistentin. Die arbeitet nur für mich. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir erstmal was gemeinsam entspannt trinken. Cocktail oder so. Möchte jemand von euch einen Wein oder ein Bier? Nein. Ey, Conny, das ist Sabrina. Jetzt sag ihr bitte, dass du meine Assistentin bist. Deine Assistentin arbeitet in deinem Bett. Nee. Was macht sie dann da? Conny, was machst du eigentlich in meinem Bett? Ich habe auf dich gewartet, du chaot. So, jetzt reicht's. Ich bin echt allem gegenüber aufgeschlossen, aber ich will das aber nicht voll mitfragen. Sabrina, das ist nicht so, wie du denkst. Deine Assistentin liegt in deinem Bett. Ich glaube, ich habe das verstanden. Nein, das ist ein Missverständnis. Conny, warum hast du in meinem Bett auf mich gewartet? Du hast mich eingesperrt. Ja. Oh, das ist ja widerlich. Ich dachte, du wärst was ehrliches. Nein, ich bin... Ich... Du bist total durchgeknallt, das bist du.